Hallo, ich bin Christian. Vereinsport ist mein Leben und ich weiß, alle stehen vor der gleichen Herausforderung. Was verbindet bzw. bindet die Spieler an den Verein und was motiviert die Fans und Sponsoren weiterhin den Verein zu unterstützen? Wie deckt man die laufenden Kosten und bekommt auch noch Anerkennung für die ehrenamtliche Mitarbeit? Das Sticker-Magazin war geboren. Mittlerweile kann ich auf 250 Projekte zurückblicken, sowohl im Amateur- als auch im Profibereich, im In- oder im Ausland, Fußball oder andere Sportarten. Mit Sticker-Konzept möchte ich auch euch von dieser Erfahrung profitieren lassen. Also nutzt diese Chance.